Rückläufige Kurse haben wir aktuell, zumindest mal was den DAX angeht. Ich muss gestehen, ich war eben schon in Vorbereitung einen schönen Trade dafür auf den Weg zu bringen und zwar beim DAX. Wir sehen das hier, dass der Kurs runtergekommen ist, aber eigentlich noch auf eine, ich sage mal, gerade noch gute Art und Weise. Wir hatten einen sehr deutlichen Anstieg, den finde ich wunderbar, da gibt es nichts zu maulen und wir hatten vorhin eine schöne ABC-Kiste. So weit es so aussieht, dass wir ein wunderschönes Bullenflaggen-Symbol hier haben, hätte ich eigentlich gerne, das war schon ein paar Stunden jetzt her, hätte ich gesagt, Mensch, klasse, sobald der Kurs da drüber geht, zur Not sogar vielleicht sogar schon darüber, darüber könnte man nochmal diskutieren, aber wenn er durch diese Marken durchgeht, dann wäre meine ganz klare Erwartungshaltung gewesen, dass wir das, was wir hier vorne haben, das nochmal bekommen. Das war meine Vorbereitung, das war das, was ich eigentlich schon angedacht habe, was ich euch präsentieren will als Idee für einen Long-Einstieg beim DAX. So, was hat der DAX gemacht? Er ist weitergefallen und noch ein bisschen weitergefallen. Die Idee ist noch nicht gänzlich rum, aber sie ist kritischer geworden aus mehreren Gründen. Diese Einstiege finde ich inzwischen doof. Warum finde ich die doof? Weil jetzt ja die Unterseite im Verhältnis zur Oberseite annähernd gleich groß ist. Das heißt, wir haben keine so gute Chance-Risiko-Verhältnis mehr. Ja, wenn das noch hier ist, dann ist das klasse. Dann haben wir so viel auf der Risikoseite und so viel auf der Gewinnseite beispielsweise. Also da kann man sagen, ja, das kann man noch machen, aber jetzt, wo wir doch schon wissen, dass der Kurs schon deutlich tiefer hier gediehen ist, macht das nicht mehr so viel Sinn. Also dieser Trade mit der gleichen Idee, hier quasi irgendwo die Long-Seite da zu nutzen, die ist nicht mehr so sinnvoll. Wäre allerdings zwar noch für einen Long gut, aber nicht mehr in der Ausführung so, weil wie gesagt die Chance-Risiko-Relation doof ist. Was muss man jetzt damit machen? Naja, erstmal müssen wir ja sowieso sehen, dass der Kurs dreht. Also wenn wir das schon nicht als einen Trigger nehmen können, bitte jetzt nicht blindlings hier reinzukaufen. Never catch a falling knife. Der Markt muss auch zeigen, dass er wirklich Drehwunsch hat. Denn eins muss man ihm ja lassen. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn er jetzt eben sowas macht und dann nur so ein bisschen hochkommt. Ja, dann sind wir doch wieder fünffällig unterwegs. Und ja, dann kommen wir genau dahin, wo wir gerne wären, nämlich 14800. Ihr erinnert euch, das ist die Grafik, die ich hier immer anzeige beim DAX-Index. Bis dahin hätten wir es eigentlich nochmal ganz gut. Es gibt aber noch eine andere Alternative. Das geht hier beim Index genauso gut wie beim DAX-Future mehr oder weniger. Und das ist, wenn wir hier sowas wie eine Seitwärtskorrektur haben. Seitwärtskorrektur klingt eigenartig. Das geht doch nicht seitwärts, das geht doch so runter. Ja, so sagen wir dazu, also die Elliot-Wellenfreunde, wenn wir vorne eine ABC, in der Mitte eine Gegenbewegung und hinten nochmal einen Impuls bekommen. Dann ist Long zwar auch die richtige Richtung, brauchen wir aber, weil der Trigger doof ist, also die Entfernung zu doof ist, wie ich es ja eben schon gezeigt habe, zumindest mal ein bisschen eine Bestätigung. Das heißt, ein Schub nach oben täte dann gut und was Wackeliges nach unten auf einer kleineren Ebene von mir aus. Aber dass wir eben sehen, dass dann die Richtung tatsächlich dreht. Hier hatten wir beispielsweise noch die starke Seite nach unten und die wackelige nach oben. Das spricht regelmäßig eben für eine Fortsetzung. Wenn sich das jetzt hier ändern sollte, dann kann man hier im Kleinen entsprechend auch schon reingehen. Beim DAX bleibt das wohl erst nochmal abzuwarten. Wir hatten das allerdings heute schon im Intraday-Bereich, zumindest mal beim Dow Jones. Hier jetzt ebenfalls der Future. Dann seht ihr, dass wir das hier eben eine Aufwärts- oder Abwärtsbewegung? Aufwärts. Was war vorher? Abwärts oder aufwärts? Abwärts. Okay. Welche ist stärker gewesen? Die Abwärtsbewegung oder die Aufwärtsbewegung? Die Abwärts. Was müsste also sich fortsetzen in irgendeiner Form, wenn wir die Zwischentiefs hier durchstoßen? Naja, die Abwärtsrichtung. Also so kann man das immer so ganz grob abchecken, sind wir schon auf dem richtigen Dampfer oder eben nicht. Bis dato war es eben noch die Abwärtsseite. Noch ist das auch einigermaßen safe. Auch beim Dow Jones ist es safe, denn dieser Rücksetzer, den wir hier haben und dieser Rücksetzer, den wir hier haben, sind noch überlappungsfrei. Das ist für mich immer so ein Lackmus-Test. Solange wir da nicht überschneiden, ist es immer noch ein Haupttrend. Das ist so eine Orientierungshilfe. Es ist nicht eine ganz sichere Garantie, dass das so passiert, aber dann wäre die Wahrscheinlichkeit relativ groß. Allerdings, sobald wir diese Marke hier durchstoßen haben, das ist in etwa 34.245, ganz grob jetzt geguckt. Guckt bitte selber nochmal nach. Das war ja der Future-Kontrakt auf Dezember. Wenn der Kurs da drunter geht, dann gefällt mir das bullische Bild nicht mehr und dann bin ich eigentlich nicht mehr auf der bullischen Suche, sondern bin ich auf der Suche, dass wir diese Kisten, die ich hier ja schon mal eingezeichnet hatte, ihr erinnert euch sicherlich, in den letzten Wochen habe ich das ja häufiger mal getan, dass wir die dann tatsächlich nochmal ansteuern und wir auf dem Weg dahin kleinere oder auch größere Korrekturen nutzen können, um dann die Fortsetzung da unten nochmal wieder fortzusetzen. Und ihr seht, hier habt ihr eine 1, 2, 3, 4, 5, sehr vereinfacht. Wenn jetzt dann eine große Wackelei nach oben käme, dann hätten wir ebenfalls eine ganz gute Idee für die Abwärtsseite. Das gleiche gilt übrigens nicht nur für den Dow Jones, das ist auch für den S&P 500. Der allerdings hat schon mit dem Rücksetzer, der viel stärker ausgefallen ist hier, diese Überschneidung geschafft. Dieses Tief ist niedriger als das, damit sind wir in den Gegenbewegungen überlappen. Wie jetzt Gegenbewegungen? Ja, unter der Annahme, das soll der Haupttrend sein, also wir sind in einem Bullenmarkt. Angenommen, ja, wissen wir nicht, wollen wir keine Gegenbewegungen, die sich überschneiden und vor allem nicht so steil dann auch noch. Das sieht alles nicht so sehr gut aus. Also ich kann mir vorstellen, dass das eben noch nicht das Wahre ist auf der Aufwärtsseite, also das, was ich beim Dow eben angesprochen habe und die Vermutung, dass der DAX eben diese Triggermöglichkeiten nach oben gar nicht mehr bringen wird. Grund, warum der S&P 500 so schwach ist, ist sicherlich auch an den Tech-Titeln zu sehen und die sehen wir ja im Nasdaq vereint. Und da sehen wir, dass wir nicht nur Überschneidungen hier in dieser Aufwärtsbewegung haben, sondern da sehen wir sogar, dass wir fast wieder auf den Ausgangspunkt gegangen sind. Also da ist wohl die Fortsetzung nach unten zu erwarten. Also auch hier gilt dann, wartet auf wackelige Gegenbewegungen, um dann die stärkere Trendrichtung dann eben nochmal fortzusetzen. Manchmal sieht man es nicht so deutlich. Manchmal kann man sagen, naja gut, A, B, C, wir haben steigende Tiefs, wir haben steigende Hochs. Vorher ging es stark in die eine Richtung, dann ist wohl die Fortsetzung, wenn er dann die Unterseiten bricht, die Fortsetzung relativ realistisch. Ich behalte das immer mal so als Grobrichtung im Auge. Im Moment, wie gesagt, wäre das nicht wirklich das buddische Bild, was ich hier bevorzuge, aufgrund dessen, was wir im Nahkampf-Chart haben. Aber auch das, was wir hier so im Mehrstunden-Chart haben, gefällt mir das eigentlich nicht so richtig gut in dieser Richtung. Soweit die Indizes für heute. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen erfolgreichen Tag. Ich bin gespannt, was der Tag noch so bringen wird. Es bleibt ja spannend, nicht nur Evergrande. Da kann man ja schon fast sagen, naja gut, daran haben wir uns schon halbwegs gewöhnt. Jetzt kommt noch die Energiekrise ja immer mehr mit hinzu. Wir haben es gehört, die Chinesen, die schalten jetzt reihenweise Firmen ohne Strom, die aber relevant sind, auch nicht nur für die Chinesen, sondern auch weltweit für die Produktion relevant sind, weil es Zulieferer, wichtige Zulieferer sind. Für Apple, für Intel, für Nvidia beispielsweise, für andere große Unternehmen. Und dementsprechend kann da noch das ein oder andere Ungemach auf uns zukommen. Ob es wirklich ganz schlimm kommt, da sehen wir dann im großen Bild beim Nasdaq spätestens, wenn wir ernsthaft die 14.000er Marke angreifen. Und bis dahin ist ja doch noch ein bisschen Platz. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße. Und bis dahin ist ja doch noch ein bisschen Platz.